Mal um, mal um, mal raus oder drin, oh, wie ein Arsch auf einmal, ein Herz und eine Seele. So, mein lieber Jürgen, zu deinem Auftritt. Ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber ich hatte, im Genick hatte ich hinten so Paulina und den Matthias und die fanden das auch, die haben da schon richtig geil gelästert gehabt. Ich fand den Auftritt klasse, weil einfach die Dynamik von euch beiden so ist. Und mal ganz ehrlich, Freunde, das ist authentisch. Ich meine, der Jürgen ist authentisch. Was ist los? Das muss man mal auf so einen kleinen Mini-Containerhof erstmal hinkriegen mit dieser Dynamik. Ein Hoch auf uns. Hoch auf uns. Ein Hoch auf uns. Jürgen, ich stehe hinter dir. Ich liebe dich, das weißt du. Du musst vielleicht mit den Haferflocken aufhören und passt es auch mit den Stimmbändern, weil ich glaube, dass das ausgetrocknet hat. Und das war der Grund, warum das nicht funktioniert hat. Jürgen, I love you und wir sehen uns und ich esse mal weiter mein Steak. Ciao, Jürgen. Ciao, Jürgen, weil jetzt habe ich wieder Power nach meinem Steak. Ich finde, wir zwei sollten auch einen Song aufnehmen. Ich sing live und du bleib weg. Wir mischen das. Dann kann nichts mehr passieren. Ciao, Jürgen. Ciao, Jürgen. Vielen Dank.